Wird Elena Miras sich bei der Dschungelcamp All-Stars-Staffel dafür revanchieren, dass Mike Heiter im Dschungelcamp über sie gesprochen hat? Elena Miras war für mich gar nicht einfach. Mike Heiter sprach im Dschungelcamp über sie. Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Mike Heiter, 32, im Dschungelcamp über seine Ex Elena Miras, 32, und die gemeinsame Tochter Aylen, 5, gesprochen hat, unter anderem auch, dass er kaum Kontakt zu dieser habe. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn eine Person, die dich eigentlich privat kennen sollte, plötzlich ins TV geht, und da wird, über dich, gesprochen, erklärte Elena daraufhin gegenüber RTL. Ob sie sich nun revanchieren wird? Denn nach zwei Jahren Reality-Pause kehrt sie im Sommer für die All-Stars-Staffel des Dschungelcamps zurück. Die Gelegenheit bietet sich an, Mike mit seinen eigenen Waffen zu schlagen. Doch hat Elena dies überhaupt vor? Immerhin ärgerte sie an Mikes Erzählungen besonders, dass sie keine Chance hatte, sich zu verteidigen, schließlich war sie selbst nicht vor Ort. Man hat ja gar nicht die Möglichkeit, den Mund aufzumachen, empörte sie sich. Es war für mich gar nicht einfach, was ich da an Hate bekommen habe. Dennoch will sie ihre Sicht der Dinge nicht im Dschungelcamp wiedergeben. Nee, nee, ich will da gar nicht zu Wort kommen, was das Thema betrifft. Ich darf meinen Mund nicht aufmachen. Elena möchte aus einem ganz bestimmten Grund schweigen, um ihre Tochter zu schützen. Ich darf und werde meinen Mund nicht aufmachen wegen Eilen. Es geht nur um sie. Würde es um mich gehen, hätte ich schon lange meinen Mund aufgemacht und würde die ganze Wahrheit sagen, erklärte sie. Außerdem wolle sie ihrem Ex auch keine Aufmerksamkeit geben. Ich werde ihm nicht die Plattform geben, betonte Elena. Vielen Dank. Vielen Dank.